Hey, du freust dich schon genauso wie ich auf Sons of the Forest und fragst dich vielleicht noch, was im ersten Teil The Forest eigentlich passiert und hast dir das Spiel runtergeladen und bist abgestürzt und fragst dich, gut, und was nun? Tja, dann bist du in diesem Video genau richtig. Idealerweise hast du vorher schon meine zwei anderen Tutorials gesehen, was man auf jeden Fall am Anfang machen sollte. In diesem Video zeige ich dir jetzt erstmal, wo du die Karte findest. Tabbel, 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 tabbel. Je nachdem, wo du abgestürzt bist, solltest du erstmal versuchen, irgendwie an die Küste zu kommen. Das hilft auf jeden Fall zur Orientierung. Wir sind hier gleich in der Nähe von der Yacht, die wir dort unten sehen und das hilft uns auch auf jeden Fall schon weiter. Wir hätten vom Flugzeug gleich nur nach links gemusst. Also wenn ihr da wart, wo die Yacht ist, lauft ihr entlang der Küste. Tabbel, 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 hui, tabbel, tabbel, hui, tabbel, 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 tabbel. Ihr kommt dann an so einer kleinen Bucht vorbei und dann tabbelt und huiht ihr einfach noch ein kleines Stückchen weiter. Und wenn ihr noch ein kleines Stück weiter lauft, habt ihr hier links ein kleines Häuschen. Und dieses Häuschen führt euch direkt zum großen Dorf. Man könnte auch den Weg hier links lang laufen. Ihr durchquert jetzt das große Dorf, mit dem ihr einfach durchlauft. Haltet euch hier leicht rechts. Lauft zu diesem Stein. Und klettert hinab in eure erste Höhle. Mit L könnt ihr das Feuerzeug anmachen und dann dreht ihr euch um. Ihr lauft hier links zu diesen ganzen Kerzen und findet hier einen Bergarbeiter, der den Kompass in der Hand hält. Und direkt daneben habt ihr auch schon die Karte. Die Karte ist erstmal noch nicht beschriftet. Ihr müsst erstmal alles erkunden und nach und nach wird dann alles auf der Karte eingezeichnet sein. Das gilt für die Landschaft oben oder aber auch für die Höhlenlandschaften. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten kleinen Video werde ich euch zeigen, wo es zur Kletterachs geht. Klickt einfach hier drauf und dann sehen wir uns im nächsten kleinen Guide. Macht's gut, euer Bolle. Ciao, ciao.